Wenn du hier aufgenommen werden willst, sind das die Leute, mit denen du musst. Ich suche diese Typen um ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Meee. Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie ... Du musst erst einen tiefen Michli Sei vorsichtig, dass du nicht Unzeitshandler, das Ha! Erwischst! Triffst du sie, spritz! Wer ist Korkalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er Mist. Bis dann. Zeig mir, wie ich im Umgang mit noch besser werden kann. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut. Der nächste Schritt ist, dass du deinen Körper mehr einsetzt. Wenn du zweimal geschlossene Haken hast, drehe dich um die eigene Achse. Damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller. Unzeitshandler. Bis dann. Oh.